Fokus ist der Schlüssel. Ich habe mich mehr als 10 Jahre damit beschäftigt, selbstständig zu werden, Ideen entwickelt, bevor ich gewagt habe, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also wähle eine Sache, beschäftige dich maximal damit, konzentriere dich darauf und lass dich von nichts und niemanden ablenken. Setze dir Scheuklappen auf, definiere ein Ziel und verfolge es einfach. Du kannst alles erreichen, was du dir in den Kopf setzt, du musst dich nur darauf konzentrieren. Einer meiner größten Fehler war es, mich in Unternehmen zu investieren, in die ich mich nicht hätte investieren sollen. Leuten zu helfen und meine Zeit zu opfern, in die ich nicht hätte investieren sollen. Das hat mich nur von meinem eigentlichen Ziel abgelenkt. Also lerne es, dich zu fokussieren. Gefallen dir meine Beiträge zur Selbstentwicklung, dann wird dir auch meine Mutmacher-Methode gefallen, die ich auf meiner Webseite vorstelle, damit du deine Leidenschaft zur Selbstentwicklung zu einem richtigen Geschäft machen kannst. Ein Geschäft, mit dem du in den nächsten 90 Tagen 10.000 Euro im Monat verdienen kannst, wenn nicht sogar mehr. Klicke auf den Link in meiner Bio, um persönlich mit mir zu sprechen. Du wirst es genießen. Wir sehen uns.